Herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung der Universität Trier im Wintersemester 2020-21. In diesem Jahr haben wir die öffentliche Ringvorlesung unter ein Motto gestellt, das passend zu unserem Jubiläumsjahr ist. Herzkammer der Wissenschaft, der Ort der Universität in der Gesellschaft. Den Auftaktvortrag machte Herr Kollege Lauchs aus dem Fach Geschichte. Er beschäftigte sich mit einer Universitätsgründungsidee, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Trier diskutiert wurde. Der heutige Vortrag war ursprünglich als ein Tandem-Vortrag vorgesehen, gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Prof. Dr. Michael Matthäus von der Universität Mainz und dem dortigen Institut für geschichtliche Landeskunde, wollten wir das Thema des Reformgedankens im Universitätswesen unter historischen und aktuellen Gesichtspunkten gemeinsam diskutieren. Daraus ist angesichts der aktuellen Pandemie leider nichts geworden. Der Vortrag kann also auch nicht in der Stadtbibliothek Trier und auch nicht im Foyer des Theaters Trier, ein weiterer Ort, den wir in Erwägung gezogen hatten, stattfinden. Die Ersatzlösung ist nun, dass ich heute hier im städtischen Museum Simeonstift, also auch dort, wo Herr Kollege Lauchs fast, der war unten im Trevita-Saal, seinen Vortrag hielt, auch diesen zweiten Vortrag allerdings alleine bestreiten werde. Der Reformgedanke im Universitätswesen, historische und aktuelle Kontroversen. Ein ungewöhnlicher Ort für eine Vorlesung, eine Antwort auf die Pandemie, eine Antwort in einem Umfeld, das nicht besser zum Titel des Vortrags passen könnte. Um mich herum sehen sie ein hoffentlich gut durchdachtes Erinnerungskonzept an eine Universität. Aber natürlich wird hier nicht der Anspruch erhoben, ein Unikat zu präsentieren. Es gibt auch eine Einheit in der Differenz. Es ist historisch wie heute nicht die Besonderheit, die die Zugehörigkeit zur Kategorie Universität rechtfertigt. Es gibt Voraussetzungen und Regeln. Und Individualisierung entsteht hier, weil jeder Ort für sich beherzigt. Das Spiel mit der Regel ist die Regel des Spiels. Gleich zu Beginn darf man also feststellen, von Revolutionen war selten die Rede. Wenn es um den Wandel der Gestalt und der Aufgaben von Universitäten ging. Unruhen war das Höchste, was man sich als Steigerung vorstellen konnte. Reform und Universität, das bedeutete nicht notwendigerweise immer Zukunftsorientierung. Es ging nicht immer nur um Neues. Das Altes ablöst. Manchmal löste das Alte auch noch einmal das Neue ab. Man denke, um ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zu nehmen, an die Diskussion um den Wert eines Diploms im Zuge der sogenannten Bologna-Reform. Und noch eine Feststellung vorab. Während sich die Gesellschaft permanent mit Zukunftsmodellen konfrontiert sieht, muss man nach einer anhaltenden und kontinuierlich kontrovers geführten Diskussion über die Zukunft der Universität zwar nicht suchen, aber doch intensiver recherchieren. Gerade erschien ein Dossier über die Stadt der Zukunft, in dem das Zusammenwirken von gleich 15 Megatrends diskutiert wurde. Obwohl es also diesen Zukunftskanon nicht gibt oder ein Raster, an dem man sich orientieren könnte, nicht festgelegt wurde, gäbe es viele Reformansätze, die beschrieben werden könnten. In einem ersten Teil werde ich daher die allgemeine Frage in den Mittelpunkt stellen, welche Vorstellungen den Universitas-Gedanken bestimmt haben. Und in einem zweiten Teil werde ich wenige Elemente dieses Wandels aufgreifen und in Diachroner Perspektive betrachten. Dabei leiten mich die räumliche, die zeitliche, die sachliche und die soziale Dimension. Alle werden sogleich der Reihe nach aufgegriffen. Aber fragen wir zunächst zu zu Beginn, was eigentlich der Kern dessen ist, was hier organisiert und, wenn es nicht mehr passt, reformiert werden soll. Sprechen wir also über das Wissen und seine Organisation. Wir alle kennen Formulierungen wie, sie nannten es Universität. In Aussagen dieser Art liegt die Erfahrung von Kontingenz. Gemeint ist, dass viele Phänomene des Alltags einen Sinnüberschuss produzieren, der einen Möglichkeitsraum beschreibt, den eine Institution über ihre Regeln und Abläufe zu begrenzen versucht. Die Entstehung, die Vermittlung und der Zugang zu Wissen ist dabei jeweils entscheidend. Der Begriff Wissen genießt den Status einer soziologischen Kategorie. Er steht für die Gewissheit von Erfahrungen, für eine Differenzierung je nach sozialem Standort und für eine soziale Ordnung, die dadurch bestimmt wird. Seine Prominenz lässt sich auch daran ablesen, dass er einem Gesellschaftstypus einen Namen verleiht. So wie wir die Erlebnis-, Risiko-, Leistungs-, Spaß- oder Protestgesellschaft kennen, reklamiert die Wissensgesellschaft für sich die besondere Wertschätzung dieses Phänomens als zentrale Ressource. Zugleich verleiht die Kategorie einer speziellen fachlichen Ausrichtung, der Wissenssoziologie, ihren Namen. Zu der Vorstellung einer zentralen Ressource gehört unweigerlich auch die Frage, wie dieses Wissen entsteht und wie der Zugang dazu geregelt wird. Nicht weniger wichtig ist die Frage, welche Lebenschancen an dessen Verwertung gekoppelt sind. Wissen lenkt dabei und daher die Aufmerksamkeit immer auf, auf die Struktur des jeweiligen Wissensbetriebs. Mit Blick auf die lange Geschichte der Universität ist beispielsweise die Resilienz dieser Institution als Organisationsform des Wissens immer wieder betont worden. Die Strukturen, die dieser Typus historisch entwickelt hat, sind stets notwendig im Sinne des Erhalts und der Wahrung des Auftrags interpretiert worden. Das Wachstum der Erkenntnis soll kontrolliert erfolgen. Die Wissenschaft muss ihre Komplexität ordnen können und über anerkannte Reputationspfade Integration gewährleisten. Die Diskussion ist im Zuge der Digitalisierung auch neu belebt worden. Aber jene Diskussion fiel nicht aus heiterem Himmel in eine darauf unvorbereitete Situation, sondern hat selbst eine Geschichte, die zumindest in Auszügen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit hier kurz erwähnt werden soll. Vor 50 Jahren sprach kaum jemand von Digitalisierung, aber vom Aufkommen der Informationsgesellschaft. Daniel Bell war einer der bekanntesten Repräsentanten und gelangte mit seinem Buch über die postindustrielle Gesellschaft zu hoher Popularität. Dem Buch voraus ging die Einrichtung einer Kommission für das Jahr 2000, eingerichtet von der American Academy of Arts and Sciences. Wissen erhielt hier den Status eines axialen Prinzips. Der Motor des gesellschaftlichen Wandels wird von dieser Achse repräsentiert, um die sich sozusagen alles dreht. Hätte Bell diese Beschreibung auf die digitale Gesellschaft angewandt, müsste ihm heute kaum widersprochen werden. Das Phänomen hat sich nicht nur bewegt, sondern einen deutlichen Sprung gemacht. Wenige Jahre nach der Veröffentlichung von Daniel Bells Grundlagenwerk erschien eine kompakte Abhandlung des französischen Philosophen Jean-Francois Lyotard, die aus einem Gutachten für die kanadische Regierung hervorging. Zu Beginn des Jahres 2020 wurde diese Analyse eine fast visionäre Kraft für Fragen zugeschrieben, die aktuell diskutiert werden. Ich zitiere, betrachtet man die Liste seiner Beobachtungen, also der Beobachtungen Lyotards, fühlt man sich in der Gegenwart. Die Informatik, schreibt er, sei auf dem Vormarsch und mit ihr Disziplinen wie Computerlinguistik, Nachrichtentechnik, Übersetzungs- und Automatentheorie, Fragen der Speicherung von Daten, der Aufwertung von Information und der Perfektionierung intelligenter Terminals würden vordringlich. Zitat Ende. Welch eine Formulierung. Perfektionierung intelligenter Terminals. Das Ende der 1970er Jahre. In der Tat wird der geordneten Struktur der Fachdisziplinen an vielen Stellen entgegengehalten, dass die Enzyklopädie des deutschen Idealismus mit Datenbanken als den Enzyklopädien von morgen konkurrieren werden. Verwirrungen im Curriculum seien das Ergebnis einer wachsenden Bedeutung von Interdisziplinarität. Nicht mehr die Professorinnen und Professoren stehen im Mittelpunkt, sondern das Forschungsteam. Die Telematik wird zu einem Teil einer höheren Propädeutik erklärt. Es gehe nicht mehr um die Vermittlung von Idealen, sondern um Kompetenzen. Auch der Satz, der Student hat sich schon verändert und wird es noch müssen, steht für eine neue Performance der Universität, die sich von dem Anspruch lösen müsse, für die Emanzipation im Sinne des sozialen Fortschritts auszubilden und auf berufsqualifizierende Funktionen umstellen. Vernetzung, Steuerung, Interdependenz. Die Semantik dieses Wandels stellt das klassische akademische Subjekt unter Druck. All das in dem Buch oder dem Gutachten von Lyotard zu lesen. In den 1960er Jahren klang das bei dem kanadischen Kommunikationswissenschaftler Marshall McLuhan so. Die Souveränität mancher Lehrkanzel ist unter den von der elektrischen Geschwindigkeit geschaffenen Bedingungen so rasch geschwunden wie die manch eines Nationalstaats. Eher unbeeindruckt von diesem massiven Einschnitt in die Personengebundenheit des Denkens, betonte noch 1972 der amerikanische Soziologe Robert King Merton ein Normen- und Wertesystem der Wissenschaft, das von folgenden Prinzipien getragen werde. Erstens Universalismus. Der Geltungsanspruch von Wissenschaft kennt keine Verbindungen zu persönlichen Vorlieben oder beeinflussende Effekte sozialer Kategorien wie beispielsweise Religion oder Klassenzugehörigkeit. Zweitens zur Verfügung unterliegen einem treuhänderischen Auftrag. Jede akademische Kohorte trägt zu diesem Erbe bei. Drittens Uneigennützigkeit. Die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens schützen vor einer Vorteilnahme auf der Basis unerlaubter Mittel und gewährleisten Öffentlichkeit und Überprüfbarkeit. Und schließlich viertens organisierter Skeptizismus. Wissenschaft legt Wert auf Reliabilität, also Zuverlässigkeit, also auf die Möglichkeit der Überprüfung von Tatsachen, Behauptungen unter Einbindung etablierter Verfahren. Daraus folgt, wer das Wissen und seine Gesellschaft beobachten möchte, der muss in der Lage sein, Grenzen zu ziehen. Was im Jahr 2020 in unendlich vielen Köpsen an Ideen, Vorstellungen, geprüften und ungeprüften Wissen oder Lösungen für vorhandene und noch nicht vorhandene Probleme existiert, deckt sich natürlich nicht mit dem, was wir einen Kanon des Wissens bezeichnen würden. Aber Versuche, dieses Wissen zu bündeln, unterlagen in der Vergangenheit den Kontroll- und Hegemonieansprüchen starker, meist kirchlicher Institutionen. Bevor der gerade beschriebene Wertekanon sich entfalten konnte, musste also vieles zunächst im wahrsten Sinne des Wortes ans Licht gebracht werden. In Hans Blumenbergs Essay Licht als Metapher der Wahrheit werden die Geschichte einer Verwandtschaft und die Geschichte einer vielverwandten Metapher anschaulich beschrieben und analysiert. Die Bedeutung des Lichts hat Eingang in die Formulierung verschiedenster Gleichnisse erhalten, wovon das Höhlengleichnis Platons eines der bekanntesten sein dürfte. Menschen nehmen darin nur die Schatten von bestimmten Phänomenen wahr und verbleiben, solange sie nicht ans Licht geführt werden, in einem Zustand mangelnder Erkenntnis. In der Metapher des Lichts fließt gleichsam eine Vorstellung von und Sehnsucht nach Wahrheit zusammen. Das Spiel mit dem Licht verdeutlicht zugleich, dass man der Vorstellung, Wissen könnte etwas Abgeschlossenes, etwas Hermetisches, etwas das Anfang und Ende kennt sein, eine Absage erteilen muss. Das ist auch der große Gedanke der Aufklärung, dessen Abstammung aus der Lichtsprache im Deutschen gleich mehrfach ersichtlich ist. Aber auch der französische Begriff verdeutlicht ist, Siecle des Lumières. Und im Englischen steht dafür der Begriff Enlightenment. Dennoch ist, wenn es um den Zusammenhang von Wissen und Gesellschaft geht, alleine die Bestimmung des Anfangs einer Debatte ausgesprochen schwierig. Wenn im Zusammenhang mit einer Öffnung der Welt des Wissens in jüngerer Zeit auch der Begriff digitaler Humanismus in Verwendung kam, dann wird unsere Aufmerksamkeit alleine durch den Namen auf die Übergangsphase des Spätmittelalters in die frühe Neuzeit gelenkt. Als im Jahre 2019 zahlreiche Beiträge das Wirken Leonardo da Vincis würdigten, galt diesem Wunsch nach Öffnung und seiner Artikulation insbesondere im 15. Jahrhundert die Aufmerksamkeit. Denken ist keine Sünde, lautete ein Beitrag von Asseuer, in dem die Bestrebungen, die Kontrollmacht der Kirche über das Wissen der Welt zu reduzieren, in ein Plädoyer zur freien Welterforschung mündeten. Dieser Erweiterungsgedanke ging einher mit der Vorstellung, die Entstehung des Wissens der Welt nicht zu monopolisieren, sondern viele an der Entschlüsselung unbekannter Dinge teilhaben zu lassen. Ich zitiere, und weil im menschlichen Intellekt der göttliche Ursprung fortwirkt, könne es dem höchsten Künstler nicht gefallen, wenn die Herrlichkeit seiner Schöpfung unerkannt bleibe. Das war die Idee des Humanismus und sie musste gegenüber vielen Anfeindungen verteidigt werden. Ein weiteres prominentes Beispiel ist das Bestreben, das Wissen der Welt in einer, wie eben bei Lyotard schon erwähnt, Enzyklopädie zusammenzufassen. Es ist mit dem Namen französischer Philosophen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aufs engste verbunden und gilt als eines der Großprojekte der eben bereits erwähnten Aufklärung. Zugleich zeigt eine nähere Betrachtung seiner Geschichte, also dieses Projekts, dass zwischen diesem Ideal, nämlich Wissen als ein Referenzsystem für die Gesellschaft aufzubauen und dem Zugang zu diesem Wissen, sich eine nicht unerhebliche Gluft auftut. Auch die große Enzyklopädie von Giderot und d'Alembert war letztlich ein Prestigeobjekt und Projekt, dessen Wirkung im Zuge der französischen Revolution auch rasch verpuffte. Aber Wissen eroberte damit eben weitere Teile der Öffentlichkeit und verstärkte die Erosion geschützter Wissensräume. Ein kurzer Blick auf die Institutionen, in denen Wissensvermittlung stattfand, verdeutlicht darüber hinaus Debatten über inhaltliche Schwerpunktsetzungen, aber auch über didaktische Konzepte. So lautete im Spätmittelalter ein häufiger Vorwurf schulastische Erstarrung. Ende des 18. Jahrhunderts war es die Langeweile des Kathedervortrags, die die Kritik am universitären Alltag symbolisierte. Die Idee von Akademien wurde als Alternative diskutiert. Der neue Idealtypus der Deutschen Universität musste im 19. Jahrhundert rasch auf die wachsende funktionale Differenzierung, die sich auch in einer Spezialisierung der Disziplinen niederschlug, reagieren. Rückblickend werden die großen Reformen des 19. Jahrhunderts als wegweisende Veränderungen der bedeutenden Orte des Wissens interpretiert. Wenn zu Beginn des 21. Jahrhunderts hier und da der Ruf nach einem neuen Humboldt laut wird, findet die prominente und wahrgenommene Tragweite der Veränderungen Ausdruck in dieser Forderung. Gerne wählt die Wissenschaft für radikale Perspektivenwechsel auch den englischen Begriff turn. Jedes Mal, wenn er auftaucht, werden weitreichende und nachhaltige Veränderungen beschrieben, die gleichsam das Grundgerüst wissenschaftlichen Arbeitens betreffen. Perspektivenwechsel. Eben sahen Sie rechts und links von mir das alte Siegel der Universität Trier und die Amtskette des Präsidenten der Universität Trier. Nun sitze ich hier in einem etwas moderneren Umfeld und zugleich soll mit diesem Perspektivenwechsel auch der zweite Teil meines Vortrags eingeleitet werden. Im ersten Teil sind schon einige markante Hinweise auf den Reformgedanken und Elemente dieses Reformgedankens gefallen. Die Struktur des Wissensbetriebs. Die Reputationspfade. Der Kanon des Wissens. Die geordnete Struktur der Fachdisziplinen. Der Student, der sich ändern muss. Die Grundprinzipien der Wissenschaft. Und schließlich der nicht zu unterschätzende Zusammenhang, zumindest in historischer Dimension von Denken und Kontrolle. Aber beginnen wir nun den zweiten Teil zunächst mit einem Blick auf die eingangs bereits erwähnte räumliche Dimension. Ich beginne also mit einer naheliegenden Frage. Wusste man, wo sich eine Universität befindet? Gab es von Beginn an die Idee, eine Universität auch mit einem zentralen Gebäude zu verbinden? Rudolf Stichweh, ein Soziologe, schrieb in einem Beitrag über die Europäische Universität, diese ist seit ihrem Beginn um das Jahr 1200, gemeint ist Bologna, herum immer eine unilokale europäische Organisation gewesen. Sie war und sie ist unilokal, weil sich jede einzelne Universität mit genau einer Stadt und nur mit dieser Stadt und oft zusätzlich mit einem bestimmten Quartier oder Campus in dieser Stadt verbindet. Zitat Ende. Anfangs fehlte es aber in der Regel an einem Zentralgebäude. Universitatis galt im Mittelalter als Sammelbegriff für Korporationen unterschiedlichen Typs, also vergleichbar mit Gilden oder Zünften. Diesem Prinzip folgend schlossen sich Lehrer und Schüler zu Universitatis Magistorum et Scolarium zusammen. Gelehrt und studiert wurde an verschiedenen Orten, auf Straßen, in Kirchen, in Klöstern, in Klosterschulen, in Wohnungen und in sogenannten Bursen. Aus dieser mobilen akademischen Welt erwuchs allmählich eine Sozialordnung mit Regeln und Statuten. Thomas Ellwein betont in seinem Buch über die deutsche Universität zwei Entstehungsformen dieser Institution. Den eben schon angedeuteten genossenschaftlichen Zusammenschluss, häufig auch organisiert über sogenannte Nationes. Also wer in Paris studierte, organisierte sich mit denjenigen, die aus seinem Land stammten. Nationes. Und oder Disziplinen und Gebilde, die ihre Entstehung einer kirchlichen und oder landesherrlichen Initiative verdanken. Für die Universität Trier kann man beispielsweise sagen, dass beides der Fall gewesen ist und es letztlich dann auch eine städtische Gründung war. Die Universität hatte also Gebäude, sie hatte Wohnungen und sie hatte Bursen. Aus diesem Begriff der Burse ist später der Begriff der Burschenschaften hervorgegangen, denn in den Bursen lebten die Studierenden gelegentlich auch oder häufig auch gemeinsam mit den Lehrenden zusammen, wie eine Art Studierendenwohnheim mit angeschlossener Mensa. Nach und nach folgten die Universitätsgründungen im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, dann verstärkt der auch vermehrt einsetzenden Territorienbildung. Sie waren daher, wie Rudolf Schlichweh zu Recht beschrieben hat, unilokal und mehr und mehr auch im Rahmen der Möglichkeiten national und international vernetzt. Sie blieben unilokal und werteten nach und nach über die Jahrhunderte die Bedeutung eines Ortes, den man mit der Universität verbindet, auf und damit entstand allmählich auch das, was wir heute eine Campus-Atmosphäre nennen. Heute sehen sich Universitäten vermehrt vor der Frage, wie sie in Zukunft diese Campus-Atmosphäre noch retten können, weil auch in der schon eingangs erwähnten Digitalisierung Diskussionen über die Bedeutung eines Orts für das Lehren und Lernen wieder an Bedeutung gewonnen hat. Damit ist also das Thema Anwesenheit und Abwesenheit an einem bestimmten Ort neu gerahmt worden und stellt die Universitäten auch in der aktuellen Pandemie vor neue Fragen, die auf Lösungen warten. Soviel also zu dieser räumlichen Dimension der Universität und der Vorstellungen, die man damit verbindet. Welchem Zweck diente nun die jeweilige Einrichtung? Sprechen wir also kurz über die sachliche Dimension. Wer sich mit der Geschichte der hohen Schulen und Universitäten befasst, der kann darin kaum eine klare Entwicklungslinie erkennen. Im Spätmittelalter lautete der Vorwurf, das habe ich im ersten Teil bereits kurz erwähnt, scholastische Erstarrung. Was war damit eigentlich gemeint? Es bedeutete zunächst, dass die ausschließliche Schulung des Verstandes nicht mehr den landesherrlichen Interessen entsprach. Es gab also einen konkreten Bedarf an Akademikern, vor allem an Verwaltungsexperten und Juristen. Die Schule war also nicht mehr nur Kirche. Die Herrschaft und das Wissen werden sukzessive und allmählich, insbesondere in der Zeit des Frühabsolutismus oder der frühen Neuzeit, anders aneinander gekoppelt. Die typische Fakultätsstruktur des Mittelalters waren die sieben freien Künste im lateinischen Septem Artes Liberales, bestehend aus dem Trivivium. Dazu gehörte die Rhetorik, die Grammatik und die Dialektik und das Quadrivium. Dazu gehörte die Geometrie, die Astronomie, die Arithmetik und die Musik. Und wer diese Artes beherrschte, der durfte im Anschluss entweder Theologie, Recht oder Medizin studieren. Ende des 18. Jahrhunderts war es die eben auch schon erwähnte Erstarrung des Lehrbetriebs im Pathé der Vortrag, die Kritik erfuhr. Die beste aller möglichen Welten, eine Formulierung, die auf Leibniz zurückgeht, fühlte sich, Leibniz fühlte sich in der Universität eingesperrt und plädierte für eine alternative Form der Organisation des Wissens, nämlich die Akademie. Die Idee der deutschen Universität im 19. Jahrhundert wird dann bald zu einem internationalen Vorbild. Alles schaut nach oben, lautete ein Beitrag der Frankfurter Allgemeine Zeitung, in dem die Bedeutung des Humboldtschen Ideals für die Gründung US-amerikanischer Universitäten hervorgehoben wurde. Im Zuge der Bologna-Reform diskutierte man stattdessen, ob sich der Humboldt-Gedanke in seinem Ursprungsland selbst abschaffen möchte. Der Typus der deutschen Universität zum Start hin entlastet, nach innen frei, so Thomas Ellwein in seinem Buch, auch dies sicher eine eher idealtypische Beschreibung. Spätestens mit dem Übergang vom Agrarstaat zum Industriestaat nahmen Diskussionen über die Zwecksetzung der akademischen Bildung zu. Und in die Idee der Universität schrieb Karl Jaspers nach dem Zweiten Weltkrieg, die Universität ist an den Staat gebunden, aber nicht in jedem Staat sind Universitäten möglich. Ebenso erwähnt wurde die funktionale Differenzierung, die den Übergang vom Agrarstaat zum Industriestaat im Grunde genommen begleitet hat. Ein Begriff, der, wenn es um Anpassungen geht, sehr schnell zur Hand ist. Die Verwendung des Begriffs geht einher mit, wie schon erwähnt, Spezialisierungen. Man könnte mit meinem Kollegen Alois Hahn auch sagen, Sonderaufmerksamkeiten oder verstärkte berufliche Orientierung im Studium. Man erinnere sich an die Beobachtungen von Lyotard. Lehr versus Forschungsuniversität wäre ebenfalls ein Beispiel. Die Entscheidung für das eine oder andere Modell ist aber keineswegs evident, naheliegend, unausweichlich, freiwillig. Die Hochschulrektorenkonferenz erlebt diese Differenzierungen gegenwärtig sehr deutlich und sie werden begleitet von Programmen, die wettbewerblich organisiert sind. Umfassende Bildungseinrichtungen, Universitas, sollen ein Profil erhalten. Wenn ich nun also auch kurz die zeitliche Dimension anspreche, soll damit nicht auf ein bekanntes Knappheitsphänomen hingewiesen werden. Nein, es geht unter anderem um das Element der zeitlichen Bindung und um den limitierenden Effekt der Zeit auf das Volumen und die Art der Vermittlung von Wissen. Es hat also wiederum auch etwas mit den Grenzen, die eine Organisation in inhaltlicher Hinsicht zieht, zu tun. Das führt zunächst einmal zu einer weiteren naheliegenden Frage. Wie viel Zeit verbringt man an einer Universität? Im Mittelalter begannen die Schüler teilweise bereits im Alter von zwölf Jahren mit ihrem Studium, das sich auf die eben beschriebenen Artes konzentrierte und in der Regel circa zwei Jahre dauerte. Ein erfolgreicher Abschluss war die Voraussetzung für ein Studium der Theologie, der Medizin oder des Rechts. Ein Magister hatte die Lehrbefugnis, ein Doktorgrad konnte sich anschließen. Die Doktoranden waren damals also circa zehn Jahre älter als ihre jüngsten Kommilitonen. Das ganze System wirkte zwar jünger, aber eben auch deutlich exklusiver als heute. Als Student war man zudem Teil eines sehr strengen Disziplinarsystems. Anwesenheit war Pflicht. Mit dem Ausbau des Schulwesens erhöhte sich auch das durchschnittliche Eintrittsalter in die Universität. Vorlesungen, Repetitionen und Disputationen dominierten die Lehre. Der Studientag blieb streng geregelt. Die Tradition der Klosterschulen wirkte auch unter verstärkt weltlichen Bedingungen sehr lange fort. Ebenso wuchs das Staatsinteresse an bestimmten Qualifikationen. Die Idee der Wissenschaft stand nicht immer im Zentrum. Mit der Loslösung von festen Stundenplänen und einem damit assoziierten schulischen Modus entstand ein anderer Blick auf die Rolle der Universität. Damit verbanden sich auch erste Reformen, wie zum Beispiel in Göttingen, dass vor Berlin eigentlich bereits die Blaupause für die Idee der Deutschen Universität geworden war. Dort, wo sich Rationalismus und Neuhumanismus aus Ängste miteinander verknüpften. Der Untergang des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation änderte dann sehr schnell sehr vieles. Vor allem entstand ein Universitätstyp, den viele bewunderten und der heute noch, wie eben bereits erwähnt, als Referenz dient. Nun, was veränderte sich da? Wie gestaltete sich also das Verhältnis von Lehrenden und Studierenden? Was machte nun die Idee der Universität aus? Wir kommen also nun abschließend zu den wichtigsten Element, nämlich der sozialen Dimension. Gemeint ist damit natürlich auch der Zugang zur Universität an sich. Einen sozialen numerus clausus gab es im Mittelalter in diesem Sinne nicht, auch nicht in der frühen Neuzeit, aber eine über das Latein und seine Beherrschung stattfindende Selektion. Erst spät fand die Umstellung auf Deutsch als Lehrsprache statt. Arme, sogenannte Pauperes, wurden von den Gebühren befreit. Es gab auch eine Art Stipendienwesen, aber die Wissenskluft zwischen den auch gerade die Artis studierenden jungen Menschen war teilweise enorm. Adlige studierten wiederum anders und prägten mit den Studierenden aus der Bürgerschaft nach und nach das Bild des Studentenwesens vor der Moderne. Das Studium dominierte, Exzesse kamen vor. An die Stelle der Disziplin des Klosters traten vermehrt studentliche Rituale, die durch die internatsähnlichen Zustände noch verstärkt wurden. Aber im Kern meine ich mit dieser Dimension eine andere Sicht auf die Art und Weise, wie in diesem System Lehrende und Studierende, aber eben nun auch Forschende und daran Mitwirkende miteinander umgehen. Immer waren Universitäten sehr hierarchisch organisierte Systeme. Jede Stufe des Systems war an Qualifikationen geknüpft. Bestenauslese wurde, so der Philosoph Schelling, Aristokratie im edelsten Sinne, als Aristokratie im edelsten Sinne verstanden. Nehmen wir zur Illustration der Reformideen, die im Vorfeld der Entstehung der Berliner Universität diskutiert wurden. Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte sprach in seiner Denkschrift von einer Universität, in der die fortlaufende Unterredung zwischen Lehrern und Schülern erfolgen müssen. Sie sollten sich durchaus gegenseitig zu Künstlern im Lernen entwickeln. Das war Fichtes Antwort auf die von ihm selbst gestellte Frage, wozu es denn einer Universität bedürfe, es gäbe doch Bücher, die man lesen könne. Warum also jemandem zuhören, der sich nicht unterbrechen lässt und den man auch nicht zurückblättern kann? Die zweite Stimme in dieser Reformdebatte ist die bekanntere, die des Wilhelm von Humboldt. Hier lautet der Kernsatz, der Staat muss seine Universitäten weder als Gymnasien noch als Spezialschulen behandeln. Letzteres durchaus auch eine Antwort auf die durch Frankreich induzierten Entwicklungen im nicht mehr existierenden Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Es gehe eben nicht primär um die Weitergabe, sondern um die Hervorbringung von Wissen. Noch um 1800 erhielten zum Beispiel Doktoranden an der Universität Königsberg die Anweisung, in ihren Dissertationen solle sich nichts Neues finden. Ne quid novi insid. Dieses Erfolgsmodell steht bis heute Pate, wenn das moderne Universitätswesen nach seiner humboldtschen Tradition untersucht wird. Dazu gehörte auch die Professur als Privileg und gleichzeitig als Einladung zur Konkurrenz. Aber reden wir von einem System, das wirklich weite Teile einer Gesellschaft erfasst bzw. erfasst hat? Der bereits zitierte Rudolf Stichweh spricht von Inklusionsrevolutionen der Moderne, die sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts beobachten lassen. Das System der Hochschulerziehung zählt hierzu. Um 1900 waren es maximal ein bis zwei Prozent der männlichen Bevölkerung, heute sind es bis zu 50 Prozent einer jeweiligen Generation, in manchen Ländern sogar bis zu 100 Prozent, die eine akademische Einrichtung besuchen und durchlaufen. Trotzdem bleiben in diesen demokratisierten Institutionen aristokratische Züge erhalten. Das in Anführungszeichen aristokratische Element blieb ein Habitus des Universitätswesens in Teilen bis heute. In Thomas L. Weins, die Deutsche Universität, erschienen im Jahr 1992, findet sich ein bemerkenswerter Satz. Ich zitiere, überlegenes Denken heißt immer, für den Partner, Konkurrenten, Gegner mitzudenken. Man denke nur daran, wie sich Universitäten in den 60er und 70er Jahren zu pädagogischen und technischen Hochschulen verhielten, zum Beispiel durch die Nichtanerkennung einer dort erworbenen Habilitation. Auch auf das Verhältnis zu den Fachhochschulen lässt sich das teilweise auch heute noch übertragen. Ein Ergebnis der eben beschriebenen Öffnung von bis zu 50 Prozent eines Jahrgangs ist sicherlich auch gewesen, dass eine Beobachtung, die auf den früheren SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz zurückgeht, sehr, sehr zutreffend ist. Aus nur Studierenden sind auch auch Studierende geworden, weil das dritte Lebensjahrzehnt eben nicht mehr nur ausschließlich der Qualifikation und der Konzentration auf ein Studium gewidmet wird oder gewidmet werden kann. Hinzu kommt der Gedanke der Multiversity, der sich aus dem zunehmenden Anspruch unterschiedlicher Gruppen an das, was eine Universität leisten soll, ableiten lässt. Kehren wir also abschließend noch einmal zu diesem Ort, zu dieser Ausstellung der Universität Trier zurück. Die Wiedergründung der Universität Trier im Jahr 1970 war, folgt man einer Typologie von Helmut Schelsky, eine administrative Gründung. Und Nina Grunenberg schrieb damals in der Zeit, Trier-Kaiserslautern ist die schnellste, geräuschloseste und effizienteste Neugründung der Nachkriegszeit. Zitat Ende. Hinzufügen möchte ich, dass es bereits 1971 eine Haushaltssperre zur Stabilisierung der Konjunktur gab. Den Gründungsvätern des Jahres 1473 und damals hatte die Universitätsgründung einen Vorlauf von fast 23 Jahren, ging es nicht wesentlich besser. Auch dort, damals wie heute, war Knappheit immer mit im Boot. Wer also die Zukunft der Universität diskutiert, der kommt, egal an welchem Punkt in der Geschichte er beginnt, schnell auf Fragen wie Praxistauglichkeit, Forschungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Autonomie und noch einmal Knappheit. Wer meint, er könne diese Fragen ausklammern, wenn er über die Universität der Zukunft spricht, der wird schnell feststellen müssen, dass viele der geäußerten Vorstellungen relativ rasch vom Sockel der Euphorie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Ich habe heute bewusst wenig, eigentlich nur zu Beginn und hier und da im Verlaufe des Vortrags über die Herausforderung der Digitalisierung gesprochen. Ich erwähnte das Gutachten von Lyotard für die kanadische Regierung und Daniel Bell mit seiner Kommission für das Jahr 2000. Das 21. Jahrhundert hangelt sich gegenwärtig von Digitalkongress zu Digitalkongress. Mehrmals im Jahr wird dort über die Auslegung der digitalen Zukunft gerungen. Seit Jahrzehnten erleben wir einen technologischen Verfolgungswahn, der die Entwickler untereinander antreibt und die Nutzerinnen und Nutzer als Letztentscheider darstellt. Auch die Universitäten sehen sich ständig mit solchen Zukunftsmodellen konfrontiert, die mit ihrer gelebten Praxis häufig wenig zu tun haben, aber einen diffusen Handlungsdruck hinterlassen. Das ist durch die aktuelle Corona-Pandemie noch gesteigert worden. Ebenso hat die Zukunft des Lehrens und Lernens dadurch einen digitalen Schub bekommen. Der Möglichkeitssinn, ich erinnere an Robert Musil, treibt als gedanklicher Motor, als Ideenschmiede viele Szenarien in die akademische Welt. Wenn morgen nur noch Klick wäre, dann plötzlich waren wir im Frühjahr 2020 mitten in dieser Welt. Und mitten in diese vorübergehende akademische Implosion kam die Erinnerung an einen visionären Schriftsteller, Don DeLeo, der in einem Interview zu seinem jüngsten Roman Die Stille vor der Pandemie geschrieben und abgeschlossen sagte, wie leben wir jetzt? Ich weiß es nicht. Und der vor 50 Jahren etwas dachte, nämlich in seinem Roman Amerikaner, dass einen im akademischen Corona-Jahr wirklich umhaut. Ich zitiere. In diesem Roman beschreibt DeLeo einen abendlichen Dialog von zwei Personen, die an einem Lagerfeuer sitzen. Und der eine sagt zu dem anderen, er hat gesagt, alle neuen Universitäten würden nur noch aus einem kleinen Raum bestehen. Das würde folgendermaßen funktionieren. Zu Beginn eines jeden Semesters würde die gesamte Studentenschaft, die mindestens 500.000 betragen müsste, damit die Computer genug zu tun hätten, sich auf einem großen freien Platz vor einer Fernsehkamera versammeln. Sie würden auf Videoband aufgenommen. In einer getrennten Aktion würde man dann auch einzeln das Lehrpersonal auf Video aufnehmen. Anschließend würden die beiden Monitore in den einen Raum gestellt werden, der die Universität darstellt. Zitat Ende Suchen Sie jetzt nicht nach den technischen Unzulänglichkeiten in dieser Beschreibung. Denken Sie eher darüber nach, was heute denkbar wäre, aber aus guten Gründen nicht getan wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.